Ausnahmezustand im Poundsdorf-Center Die YouTube-Stars, die Lochis, haben am Mittwochabend für Riesenansturm im Poundsdorf-Center gesorgt. Etwa 1000 Mädchen und Jungen kamen, um ein Autogramm und ein Foto mit den 16-jährigen Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann zu ergattern. Nebenbei stellte das Musik- und Comedy-Duo auch seine neue Single vor. Viele Fans warteten mehr als eine Stunde, bis sie an der Reihe waren. Ja, weil ich schon öfters gehört habe, in der Schule und überall, und da fand ich das ganz toll. Was findest du am tollsten an den Lochis? Die tollen Videos und die ganze Mühe, die sie sich immer machen. Also ich bin ein großer Fan von den Lochis und ich gucke alle ihre Videos und ich war hier, weil ich gerne ein Autogramm und eine CD wollte. Ich war in Leipzig, also auch hier in Leipzig, auf der School's Out Tour, also Party. Und da habe ich schon ein Autogramm, aber kein Foto. Ich bin ein großer Fan und kann viele Lieder von den Lochis ausfällig. Ich stehe hier, weil mein Kind die Lochis sehen möchte und ein Autogramm davon haben möchte, von den beiden. Genau. Und da hat er Sie hier anstehen lassen? Der hat mich hier anstehen lassen, um da vorne näher an den beiden dran zu sein. Clever! Die Lochis betreiben seit 2011 einen eigenen YouTube-Kanal, der immer erfolgreicher wurde. 2013 erschien ihr erster eigener Song. In diesem Jahr gingen sie erstmals auf Tour. Ende 2015 soll außerdem ein Film in die Kinos kommen, bei dem die Brüder Hauptdarsteller sind und Regie führen. Ende 2015 soll außerdem ein Film in die Kinos kommen. Ende 2015 soll außerdem ein Film in die Kinos kommen.